Disney hat erstmals einen Film mit einer Plus-Size-Heldin gemacht. Okay, cool. Ey, Disney gibt es seit 99 Jahren. Die haben es also ganz knapp verpasst, ein ganzes Jahrhundert lang die Existenz von natürlichen Körperformen zu leugnen. Glückwunsch, Disney. Ihr habt es geschafft, damit noch später dran zu sein als Germany's Next Topmodel.